Wir sind gerade auf Susis Pensionensteil angekommen. Ich habe Steffi, läuft da hinten gerade zum Auto, vor ein paar Wochen kennengelernt. Und ich wollte schon immer mal irgendwie mit Pferden arbeiten, habe das Gefühl, oder ich habe viel darüber gehört, dass die einem die Energie so spiegeln. Und ich hatte einfach, ich rede ja viel in meinen Workspace-Keynotes darüber, dass ein guter Chef heute nicht führt, sondern fühlt. Und ich war total daran interessiert, mal zu gucken, wie fühlt sich das eigentlich an, das richtig mal zu fühlen. Und ich habe wahnsinnig viel Coachings gemacht über den Sommer und alles Mögliche ausprobiert und in der Theorie alles immer verstanden und gelesen und so weiter und so fort. Aber richtig mal die Energie gespiegelt zu kommen, zu gucken, was passiert denn da eigentlich hier drin, war super, super spannend. Und wir sind heute hier, weil wir einen Podcast aufnehmen wollen. Und danach, ich bin super gespannt, mit Christoph einen Impuls mit Eddie machen wollen. Wir können ja mal gucken, ob wir Eddie finden. Der hat nämlich eben da schon gelegen. Noch eine andere super spannende Sache. Es geht ja immer da, oder es gibt Studien, die sagen, dass 60 Prozent der Menschen behaupten, dass sie im Büro jemand anders sind als zu Hause oder eine andere Persönlichkeit repräsentieren. Und das macht die Menschen tatsächlich nachweislich krank und depressiv. Und hier fand ich es total spannend, mal in die eigene Energie zu kommen. Guck mal. Ah, den wecken wir gleich mal auf. Also was ich total spannend fand, ist, das Pferd spiegelt die Energie halt super direkt. Merkt in der Sekunde, wenn du nicht bei dir bist, eigentlich schon vorher, bevor ich merke, dass ich nicht bei mir bin, merkt das schon das Pferd. Und ich finde das total spannend, mal zu gucken, wie wirke ich auf das Pferd, wie bin ich mit dem Pferd und was passiert da an Magic. Ich sitze hier einmal mit Katinka, meiner Frau, die den Takeover für Michael macht. Ich werde gleich noch einordnen, wie und was und warum. Und vor allem mit unserem Gast Steffi Wille, Change Managerin. Und du wirst uns auch sagen, was du mit Pferden zu tun hast. Ja, auf jeden Fall. Ich mache mal eine ganz kurze Einordnung. Also wir sind hier im Nieselregen in Schleswig-Holstein auf einem Pferdehof. Und Katinka hatte die Idee, tatsächlich das Thema mal reinzubringen, weil sie vor einigen Wochen das selbst gemacht hat. Und deswegen sind wir jetzt hergefahren und haben gesagt, wir nehmen ein Video zusammen auf. Es hat nämlich sehr viel mit neuer Arbeit, mit Change zu tun, was ihr hier gemacht habt. Ich glaube, dass dadurch, dass unsere Welt so komplex ist und mir eigentlich die Gemeinschaft wichtig wird, immer mehr wichtig, also immer wichtiger wird. Und dass wir sowohl die Gemeinschaft brauchen, als auch das Individuum mit all seinem Potenzial in der Gemeinschaft. Und ich glaube, das macht Führung aus, dass sie nicht mehr in einer Hand ist, sondern dass sie kollegial stattfindet und wechselt. Und das ist was ganz Neues, was wir lernen müssen und wo wir unglaublich viel von den Pferden lernen können, weil wir sprechen ja nicht dieselbe Sprache. Also es ist ja offensichtlich, dass wir genau gucken und beobachten müssen, was bei dem Pferd gerade passiert. Und dann erleben, was das eigentlich bedeutet, also da auch Selbstvertrauen drin zu gewinnen. Und ich glaube, was auch ein großer Aspekt ist, ist Kommunikation, die uns sehr schwerfällt. Also dass ich in der Verantwortung bin, dass mein Gegenüber mich versteht. Und auch das kann ich total gut hier lernen. Zu schauen, hat er mich eigentlich wirklich verstanden? Und das dann auch zu erleben, was es für eine Veränderung mit dem Pferd hat, wenn ich ein bestimmtes Bild habe. Und da bekomme ich halt sofort mit dem Pferd diese Reaktion. Habe ich ein Bild oder habe ich keins? Also wir sind ja häufig sehr eindimensional, wir wissen das aber nicht. Und beim Pferd merkt man das. Also dass wir, zum Beispiel etwas klappt nicht, man bekommt so einen Widerstand. Das Pferd reagiert nicht so, wie man das gerne möchte. Und dann probiert man das immer wieder aus, immer dasselbe. Und man merkt das gar nicht. Der fragt immer. Meinst du das ernst? So, ich bleib jetzt nochmal stehen, ich frag dich jetzt nochmal. Weil du irgendwas ausgestrahlt hast, was ihn dazu veranlasst, nochmal, vielleicht doch nochmal nachzuhalten. Das Vertrauen in Frage zu strengen. Oder deine Energie oder was willst du eigentlich hier von mir gerade? Genau. Und ich glaube, das ist dann in diesen Momenten, wenn wir nicht mehr im Flow sind, dann wechselt plötzlich unsere Energie ins Negative. Und dann reagieren sie noch weniger, wie Pferde jetzt. Also in dem Fall Eddie. Und ich glaube, das ist ein unglaublich tolles Übungsfeld, zu gucken, was passiert dann in dem Moment, wenn ich einen Widerstand von jemandem bekomme mit mir. Bekomme ich Angst? Bin ich plötzlich nicht mehr? Habe ich kein Selbstwertgefühl mehr? Ja, und wie schaffe ich es dann, in solchen Momenten wieder auch Gefühle herzustellen, die mir sagen, okay, das hat ja noch nichts, das ist noch keine Bewertung. Es geht einfach nur darum, dass ich klar werden muss. Das wäre jetzt mein Vorschlag, weil ich hier gerade wieder von der Seite angeknabbert werde. Aber wir haben uns schon aneinander gewöhnt, oder? Ja, ich glaube, ein böser Blick von links. Dann lass uns doch mal einen Impuls machen, weil dann hätte ich jetzt mal die Möglichkeit, zumindest, du hattest ja schon gesagt, ein richtiger Impuls, bräuchte jetzt sehr viel mehr Vorgespräch und so weiter. Also, dann gucken wir uns das jetzt mal an und starten in den Impuls. Danke, dass du es hier bist. Ja, danke dir. Danke, dass du es hier bist. Ich würde dich einfach bitten, reinzugehen, dir das Pferd zu nehmen, zu holen und mit ihm in die kleine Halle zu gehen. Da wäre dann sozusagen auch ein Impuls, den wir machen könnten. Aber erst mal diesen Weg zu beschreiten. Okay. Genau, und wenn man dann so ein bisschen in Situationen kommt, wo die Pferde sehr eng beieinander stehen, dann am besten nicht dazwischen gehen, sondern großen Bogen machen. Also, der mit der grünen Decke ist Eddie. Wie schaut es aus? Alle mit dem Essen beschäftigt hier, ne? Dann übergebe ich dir das Halfter. Also, hat der jetzt Interesse, mit dir irgendwie mitzugehen? Nö, der isst gerade. Genau. Also, der signalisiert auch deutlich, ich esse hier jetzt weiter. Genau. Also, was hast du sozusagen dann für Möglichkeiten, stärker noch auf dich aufmerksam zu machen? Der Kopf ist schwer rankommen gerade, ich hätte ihn jetzt ein bisschen so weggeschoben. Ja, super. Versuch's doch einfach mal. Eddie, komm. Ja. Komm her. Hey. Zieht. Kollege? Komm mal her. Komm mal her. Hey. Ich möchte mir die Halle. Okay? Okay. 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 Du kannst noch einen hapsen in Essen. Du kriegst in der Halle auch was zu essen. Überleg dir doch nochmal, was du willst. Also, er ist dich ja sehr klar, was er will. Essen. Essen, genau. Und was willst du denn eigentlich von ihm? Ich will einmal mit ihm in die Halle. Du willst das wirklich? Ja, ich will das wirklich. Ich will einmal sehen in der Halle. Genau. Ich will ein Bild machen in der Halle. Okay. Und dann? Ich will dich in der Halle haben, ich brauche dich in der Halle. Genau. Dann mach ihm das echt deutlich, weil der kann dir ja auch sehr deutlich machen. Was er gerade will. So, Freund. Letzter Haps. Genau. Komm. Einmal raus hier. Und dranbleiben. Einmal raus hier. Und dranbleiben. Und es geht in die Halle. Auf geht's. Komm. Komm. Abmarsch. Okay, komm. Komm. Einmal hier durchs Tor durch. Kommst du? Ohrenchen. Komm. Ich möchte mit dir in die Halle eine schöne Aufnahme machen. Irgendwann nochmal reiten. Aber das traue ich mich noch lange nicht. Und der ist noch da, wenn der sich filmt. Ach so. Komm. Warte. Ja. Sonst versuch mal ruhig ein bisschen mit ihm zur Seite zu gehen. Komm mal her. Genau. Sehr gut. Super. Wir wollen ja einmal in die Halle. Ich mache immer wieder dasselbe, obwohl das eigentlich nicht passiert. Was habe ich noch für Ressourcen? Was kann ich noch alles machen? Was kann ich noch alles machen? Kann ich auch andere Wege gehen? Okay, ich höre die natürlich. Eben hat er sich ja gedreht. Stimmt. So, was kann ich noch alles für mich nutzen? So, kann ich das für mich nutzen? Ja. Ja? Wo ist sein Fokus? Was interessiert ihn? Versuch es einfach mal. Okay. So. Let's go. Und lass uns doch jetzt mal zusammen hier versuchen. Oh, Freundos, das gibt es auch nicht. Eddie. 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 Komm. Komm. Okay, wir drehen noch eine Runde. Komm. Let's go. Ah. Komm. Hm? Und dranbleiben. Let's go. Dranbleiben. 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 Oh. 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 Let's go. Und los geht's. 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 Ein Fuß nach dem anderen. Weißt du, wie viel der wiegt? Halbe Tonne. So 600 Kilo. Ja. Glaubst du, du kriegst den geschoben? Nee. Das hat doch so gut funktioniert. Wir sind von da drüben rübergegangen. Und warum können wir jetzt nicht so die letzten 10 Meter darüber laufen? Verstehe ich nicht. Auf geht's. Komm. Mhm. Komm. 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 Und los geht's. Und los geht's. Let's go. 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 Es geht weiter. Willst du mich eigentlich verarschen? Komm, ich zieh ihm jetzt mal seine Kicke auf und dann mach ich den mal wach hier. So, jetzt mal los. Du meintest, literally, auch eben mit der Jacke, meintest du die Jacke aus? Ja, genau. Ich meine, was hab ich denn alles für Ressourcen? Was hab ich denn alles für Ressourcen, ne? Also, hier. Abmarsch. Und jetzt geht's mal los. Komm. 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 Bleib mal dran. Bleib mal dran. Komm. Eddie, komm. Und los geht's. Und los geht's. Let's go. Komm. Komm. Danke. Auf Wiedersehen. Jetzt geht's 같이. Eddie. affiliate. Wer sind nicht? Sie sind die Liebe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020